Let's go! Boah, was? Ich glaube, die Graben werden neu gemacht, denn die sehen frisch aus. Junge! Was dann? Ich glaube, hier ist jemand die ganze Zeit am Graben. Da sagt der Gegensatz noch Wandel. Wie ist das? Nee. Oh, scheiße. Ich würde die Englisch-Naschicht da lassen. Ich lauf mal da hinten. Nein, nein, nein. Erstmal machen wir die Markierung. Hier in die Richtung. So. Ja. Welches Jahr ist das? Pfannflasche. Was ist das? Kaninchen? Bah! Boah, hier liegen mehrere Kaninchen. Was ist das? Das ist direkt neben der Strasse. Ich glaube, das ist auf der Strasse. Ich glaube, hier ist so ein Deckel aufwesend auf der hohen Strasse. Warte, ich muss noch Standort stecken. Ich habe so eine Lkw über den Kopf. Guck, hier Spinneneier. Ja. Ja. Krass. Warte. Hund, Alter. Bei mir, bei mir. Warte. Oh, scheiße. Der ist voll schnell. Alter, wie lang ist der scheiß Tonne? Rückenkut so weh. Ja. Schon seit eine Stunde. Du weißt schon, wer später auf YouTube ist. Ich? Ich zensier dich diesmal. Da, 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 da. Hier, hier. Warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Schatz, Kummi, Alter. Wüsste jetzt. Der sparsst du nicht. Ich glaube, der Fischer hat noch nie Menschen gesehen. Und liegt auch. Genau. Ah, mein Gott. Das ist so nett. Junge ist so nett. Ja, fang den doch. Ja, fang den doch. Ich leuchte. Wow. Der ist echt drauf, ja. Bei mir kommt der nicht direkt. Klingt einfach. Warum brauchen wir den eigentlich? Warte. Warte. Mal. 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 Das war's für heute.